Jemand muss dir etwas sagen. Jemand sehnt sich nach einem Treffen, nach einem Date, nach einer schönen Zeit. Nach dir. Jemand sehnt sich nach der Herrscherin. Einer Frau, die einfach alles hat. Jemand möchte deine Haut berühren, möchte sehen, wie deine Haare sich bewegen, wenn du durch das Zimmer gehst. Jemand hat da ein ganz bestimmtes Foto von dir, was er unwahrscheinlich schön findet, was er sich ganz, ganz oft anguckt. Auf diesem Foto könnten deine Haare und deine Lippen sehr präsent sein. Dieser Jemand ist hier für die meisten Damen unter euch der Herr. Ich lege heute auf ein Gegenüber und schaue mir an, was dieser Mensch hier zu sagen hat und transportiere das Ganze aus seiner Sicht. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Liebeslegung. Und du darfst dich jetzt einfach darauf einlassen, schauen, ob und wie du in Resonanz gehst und auch gerne den Kanal abonnieren, falls du Interesse hast an täglichen Liebesbotschaften. Das geht ihm durch den Kopf, das muss er dir sagen. Die Situation zwischen uns beiden ist sehr herausfordernd. Irgendwie auch komplett kompliziert. Es ist so, als würden uns Stock und Stein in den Weg gelegt werden. Aber ich habe Interesse an genau dem Gegenteil. Es ist so, als wäre unsere Verbindung eine schnöde Holzkiste von außen betrachtet. Man klopft hier irgendwie auf Holz. Dieses Gefühl von langweilig. Aber in dieser Holzkiste, wenn man sie öffnen würde, wenn man uns Stock und Stein aus dem Weg nehmen würde, dann wäre da ein Schatz. Du und ich, da zwischen uns ist ganz viel Gefühl. Was wir jedoch verstecken. Gefühle, die wir nicht leben können. Wegen den Umständen, die uns schwer gemacht werden. Ich habe aber Interesse daran, diese Gefühle zu leben. Ich habe Interesse daran, wieder in die Fülle mit dir zu gehen. Zeit mit dir zu verbringen. Worte mit dir zu wechseln. Daran denke ich. Und weißt du, woran ich noch denke? An die Kontaktaufnahme. Die Acht der Stäbe. Ich spiele mit dem Gedanken, dich zu kontaktieren. Ich spiele mit dem Gedanken, dir eine WhatsApp zu schreiben. Dein Bild zu liken. Ich bin im Moment sehr aktiv, was dich angeht. Ich verfolge dich auf Social Media zum Beispiel. Bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok oder aber auch bei WhatsApp. Du hast vielleicht kürzlich dein Profilbild geändert oder etwas gepostet. Und ich spiele sehr stark mit dem Gedanken, darauf zu reagieren. Etwas zu tun, dir in Liebe zu begegnen. Dir ein Angebot zu machen. Page der Münzen, das ist die Hand, die ich dir reiche. Ich habe irgendwie das Verlangen, einen Schritt auf dich zuzukommen. Weil jetzt gerade siehst du mich ja nur schweigend. König der Schwerter. Eiskalt. Still und stumm. So nimmst du mich wahr. Aber das, da bin ich am überlegen, ob ich das ändere. Denn mir geht es ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks, dass das zwischen uns alles so kompliziert ist. Dass das, ähm, dass es uns dazu bringt, nicht aktiv zu sein. Denn der König der Stäbe, das ist eigentlich das, was ich gerade darstellen wollen würde. Ja, Aktivität. Die Dinge in die Hand zu nehmen. Zu brennen. Wie ein Löwe zu jagen. Du bist ganz spannend für mich aktuell. Ich habe dich quasi im Visier. Die drei der Kelche. Hier könnte aber noch in dieser verzwickten Situation eine dritte Person Thema sein. Entweder auf meiner Seite, wie du weißt. Oder auf deiner Seite. Oder aber es ist kein Partner, sondern eine Mutter oder eine Tochter. Oder, ähm, irgendwer anderes, der uns nicht zusammen sehen möchte. Eine dritte Person hält mich hier vielleicht noch vom Handeln ab. Eine dritte Person blockiert hier irgendwie unsere Heilung, unseren Genuss. Blockiert hier diese Option, dass das mit uns beiden gelingt. Ich bin der König der Schwerter. Schau mal, wen ich im Blick habe. Du hast dich von mir abgewandt. Das merke ich. Du bist vollends bei dir. Du bist die Herrscherin. Also du bist glücklich gerade mit deinem Leben. Du kommst auch ohne mich klar. Du hast die Augen zu und bist bei dir. Ich hingegen habe die Augen auf. Und schiele zu dir herüber. Ich habe dich im Blick. Du mich nicht so. Du hast mich im Moment nicht so auf dem Schirm. Ja, man könnte schon meinen, ich habe dich sehr im Blick. Ich stalke dich vielleicht sogar. Weil ich daran interessiert bin. Und zwar Begegnungen. Dass sich unsere Hände wieder berühren. Dass wir uns vielleicht auch die Hand geben und uns versöhnen. Denn die Zwei der Kelche ist ein Miteinander, was verwehrt wird. Ein Miteinander, welches wir aktuell nicht leben. Aber damit liebäugle ich. Und deswegen schiele ich gerade zu dir rüber. Im Moment denke ich sehr viel an dich. Im Moment spiele ich so mit den ein oder anderen Optionen. Und davon ist die Option. Eine davon ist Kontaktaufnahme. Die Optionen, mit denen ich da liebäugle, könnte man auch eigentlich Fantasien nennen. Ja, das, was ich mir da so in meinem Kopf ausmale, woran ich da denke, sind Fantasien. Ich habe diverse Fantasien über dich. Um genau zu sein, Kopfkino. Was wir beide alles anstellen könnten. Was ich mit dir alles anstellen könnte. Die Herrscherin. Die Frau, die bringt so viel Potenzial mit. Und genau jetzt gerade denke ich an dich. In dem Moment, wo du das Video von Sunny siehst, denke ich an dich. König der Schwerter. Kopf. Kopf. Jemand ist im Kopf. Ich bin im Kopf bei dir. Und ich spiele mit dem Gedanken, aktiv zu werden in deine Richtung. Ich will es. Man könnte sagen, ich habe Tatendrang. Der König der Stäbe, der hat Tatendrang. Dem brennt das Feuer quasi hier in den Fingerspitzen. Ich stelle mir Dinge vor. Und Texte sind entscheidend. Ich lese gewisse Dinge. Entweder informiere ich mich online im Netz über etwas. Oder aber ich lese deine neuesten Postings. Oder ich lese alte Chats von uns beiden. Ja. Dinge, die wir uns mal geschrieben haben in der Vergangenheit. Was mir noch so durch den Kopf geht. Können wir nochmal neu anfangen? Die Überlegung, dich zu kontaktieren, hängt mit dem Gedanken zusammen, ob wir nochmal neu anfangen können. Meinst du, wir können uns nochmal treffen? Meinst du, wir können nochmal miteinander schreiben? Meinst du, wir können in dieser Beziehung einfach nochmal neu starten? Weil das letzte Mal hat es anscheinend nicht funktioniert. Sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Dass ich dich irgendwie heimlich beobachten muss. Ja. Oder aus der Ferne dich beobachten muss. Ich spiele hier wirklich mit einem Angebot. Ich spiele wirklich mit dem Gedanken, auf dich zuzukommen. Ähm. Aber. Gibt's ein Aber? Ich bin einfach nicht bereit. Für eine derartige Liebe. Du stehst über mir. Du bist die Herrscherin. Ich bin ein König. Wären wir ebenbürtig, wäre ich ein Herrscher. Ein erwachsener, gestandener Mann, der alles unter Kontrolle hat. Aber, was bin ich? Ich bin unreif. Ich hab das Gefühl, ich war damals nicht bereit für dich und ich bin auch jetzt nicht bereit für dich. Auf jeden Fall nicht für eine derartige Liebe. Also die Liebe, die du dir vorstellst als Herrscherin. Dafür weiß ich nicht, ob ich dafür bereit bin. Für eine kurzzeitige Liebe. Ja. Für eine Liebe, die nicht ganz so krass ist. Ja. Aber für eine derartige Liebe. Und wir wissen beide, wovon wir sprechen. Bin ich vielleicht gar nicht bereit. Eins weiß ich aber. Du und ich. Dieses Ding wird für immer gehen. Dass wir einander nicht vergessen können. Dass wir immer wieder in diversen Zeitabschnitten, ja, interessant sind füreinander. Das wird sich niemals ändern. Man könnte sagen, für immer. Für immer wird das hier so bleiben. Für immer werde ich interessiert an dir sein. Für immer werden wir beide hoffen, dass aus uns mal eine Zehn der Kelche wird. Weil das ist das, was wir beide fühlen. Ich habe Interesse an dir. Und du hast Interesse an mir. Im Grunde wollen wir beieinander sein. Auch wenn Stock und Stein uns daran hindern. Im Grunde lieben wir uns. Die Zehn der Kelche. Das ist eine Beziehung. Vielleicht sogar mit Kindern. Aber erstmal ist es eine Beziehung. Und das ist das. Dieses Happy End. Man könnte sagen, wir wollen das Happy End. Ja, wir hoffen beide auf das Happy End. Wir hoffen beide darauf, dass eines Tages sich alle Probleme zwischen uns in Luft auflösen. Und wir dennoch irgendwie beieinander sein können. Aber wird das auch passieren? Wird das passieren, dass wir zueinander finden? Wir wollen es tief in unserem Herzen. Beide. Das weiß ich. Das weiß ich. Und du weißt das auch. Das wissen wir beide. Das ist kein Geheimnis. Und doch machen wir ein Geheimnis draus. Was ich dir jetzt sagen muss. Du bist mir ein Rätsel. Das zwischen uns. Das ist mir alles ein Rätsel. Ich kann die Situation nicht einschätzen. Ich kann dich nicht einschätzen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn du was postest oder irgendwas sagst oder schreibst, dann willst du das so, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und am nächsten Tag denke ich mir wieder, ich bin ihr komplett egal. Also ich kann dich nicht einschätzen. Du bist mir ein Rätsel. Und irgendwie macht es genau das so spannend. Dieses nicht zu wissen, woran ich bei dir bin, bringt mich noch mehr in diesen Tatendrang. bringt mich noch mehr dazu, wissen zu wollen, woran ich bei dir bin. Ich weiß nicht, woran ich bei dir bin. Das muss ich nochmal betonen. Aber ich liebe Rätsel. Ich liebe Geheimnisse. Ich liebe das herauszufinden. Du bist so eine geheimnisvolle Frau. Du hast so viel Attitüde. Im Grunde zieht es mich... Oh, wow. Absolut in die Aktion. Ich als König der Stäbe bin Feuer und Flamme aktiv zu werden in deine Richtung. Kontaktaufnahme. Ich wiederhole mich gern nochmal. Tatendrang. Tatendrang. Ich habe es jetzt mehrmals erwähnt. Ich habe Tatendrang. Und jetzt steht es hier nochmal schwarz auf weiß auf dieser Karte. Vielleicht habe ich nicht nur Tatendrang mit meinem Zepter in der Hand, sondern ich habe vielleicht sogar schon einen Entschluss gefasst. Etwas beschlossen und zwar, dass ich handeln will. Es ist nicht mehr nur eine fixe Idee, an die ich nachdenke, an die ich denke. Hier, man könnte ja hier Kontakt aufnehmen. Nein, ich möchte dir jetzt bestätigen, es ist ein Entschluss, dass ich handeln möchte und werde. Denn ich bin am Zug. Ich bin daran, hier die Initiative zu ergreifen in Bezug auf dich. Nicht du. Ich bin dafür verantwortlich. It's my turn, dir dieses Angebot zu machen. Ach, Herr Jemine. Und du sollst wissen, dass hier eine dritte Instanz oder eine dritte Person eigentlich nur noch dafür verantwortlich ist, dass ich am Zögern bin. Auf meiner oder auf deiner Seite. Da bin ich so ein bisschen überfordert aktuell. Ich lasse mich ehrlich gesagt ein bisschen abhalten von dieser dritten Instanz. Aber an sich möchte ich hier mit der Thurisas mich durchsetzen. Ich will das. Ich bin wie ein Bock, der mit dem Kopf jetzt durch die Wand will. Ich will das. Ich habe das für mich beschlossen. Mit der Thurisas Durchsetzungsvermögen. Ich will. Für mich steht fest, dass ich handeln werde. Ich muss dieses Angebot machen. Ich muss mit dir diesen Kontakt aufnehmen. Eben weil ich nochmal neu anfangen möchte mit dir. Ganz wichtig. Die einzige, die ich nicht einschätzen kann, das bist du. Willst du das auch? Oh mein Gott. Ich will Kontakt. Aber etwas ist mir ein Rätsel. Ja, etwas ist mir noch nicht klar. Ähm, okay, okay, okay. Die Kipperkarten. Die Militärperson. Ich bin voller Stolz und Ehre. Und da ich nicht weiß, wie du reagierst, wenn ich Kontakt mit dir aufnehme, wenn ich mich auf den Weg zu dir mache, vielleicht auch wirklich im Physischen, dass ich bei dir klopfe oder klingel, hält mich das so ein bisschen zurück. Die Militärperson zeigt, dass auf dieser Situation, hier liegt Respekt. Respekt vor der Situation. Respekt vor dem, was kommen könnte. Respekt. Respekt vor dir. Oh mein Gott. Diese beiden Damen haben sehr viel gemeinsam. Nicht nur, dass sie beide rot tragen, sondern, dass sie beide einen Teil ihres Gesichtes verdecken. Du bist mir ein Rätsel. Vor dir habe ich Respekt. Ich kann dich nicht einschätzen. Und darum trage auch ich eine Maske. Im Grunde sind wir beide nicht ehrlich zueinander. Was ist, wenn ich bei dir anklopfe und du mich, den stolzen Herren, zurückweist? Was ist, wenn du mich kränkst? Was ist, wenn du mich, ja, abservierst? Was ist, wenn du meinen Ruf schädigst? Was ist, wenn du mir schadest? Ich will aktiv werden. Ich will etwas unternehmen. Aber ich wiederhole mich. Willst du das auch? Ich habe lange nichts von dir gehört. Ich weiß nicht, diese Signale, die du da vielleicht vermeintlich manchmal aussendest, ob sie wirklich mir gelten. Wollen wir beide dasselbe? Ich kann dich nicht einschätzen. Und wenn ich es wüsste, würde ich dich nicht fragen, ob wir nochmal neu anfangen können. Du verhältst dich im Moment so abstinent, so kühl, als wäre ich dir egal. Du bist so bei dir. Ich kenne dich. Also du verhältst dich im Moment in einer Art und Weise, die ich so von dir nicht kenne oder die mich irritiert. Irgendwie verwirrst du mich mit deinem Verhalten. Ich kann dich nicht einschätzen. Der Tod und die Wiedergeburt. Etwas soll wieder geboren werden. Unsere Verbindung soll wieder aufleben. Haben wir noch eine Chance? Gibst du mir noch eine Chance? Haben wir noch eine zweite Chance? Ast der Münzen. Wird uns dieses Glück zuteil? Haben wir den Mumm, den Mut und den Willen, das hier nochmal zu versuchen? Ich habe eher das Gefühl, ich muss dich um eine Chance bitten, mit der Sonne und das wieder gut machen, was ich da bei dir an Trümmerfeld hinterlassen habe. Die Neun der Schwerter. Das sind Emotionen, die einen verwirren. Das sind Emotionen, die einem Sorgen bereiten. Das sind Emotionen, die einen hier wirklich zur Verzweiflung bringen. Und das habe ich dir angetan. Und mit der Sonne habe ich das hier wieder gut zu machen. Ich habe das hier wieder auszugleichen. Aber lässt du das zu? Kann ich das hier mit dieser Chance überhaupt wieder ausgleichen? Oder ist bei uns beiden Hopfen und Malz verloren? Ist das hier für immer vorbei, ist die Frage? Ja, das frage ich mich. Ich frage mich. Weil du lässt nicht tief blicken. Ich sehe so 50-50. Irgendwie die Chancen stehen 50-50. 50% denke ich, du hast Bock. Und 50% denke ich mir, sie hasst mich. Ein Ende. Zehn der Schwerter. Unentschlossen. Bleibt es dabei bei diesem Ende? Oder haben wir mit den drei der Stäben noch eine Zukunft? Haben wir Potenzial irgendwo da hinten am Horizont? Sollen wir hier nochmal in die Entschlossenheit gehen und es probieren? 50-50. Die zwei der Schwerter. 50% sagen Ja in mir. 50% sagen Nein. Engelchen-Teufelchen-Energie. Zum einen zieht es mich hier zu dir. Zum einen habe ich dich hier vollends im Blick und will zu dir hin. Und zum anderen denke ich mir wieder, scheiß drauf, lass es dabei. Zehn der Schwerter. Hier gab es einen Schluss, ein Ende und dabei bleibt es. Ich bin hin und her gerissen. Zwischen dir und diesem neuen Versuch. Können wir es nochmal probieren. Und zwischen Nein, lass es so wie es ist. Dreh ihr den Rücken zu. Bleib weg von ihr. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann dir sagen, zu was ich tendiere. Zu was tendiere ich denn? Zu dir oder weg von dir? Zu was tendiere ich? Kann ich dir nicht sagen. Denn jetzt wiederhole ich mich. Zwei der Schwerter. Tendenz Ja, Tendenz Nein. Zwei der Stäbe. Tendenz Ja, Austausch. Tendenz Nein. Der Gehängte. Stopp. Ende Finito. Wow. Damit möchte ich dir sagen, ich stecke mittendrin. 50-50. Nicht 70-30, sondern bei mir ist es ein 50-50. Hier liegt das absolute Ende. Die 10 ist ein Strich drunter. Der Gehängte ist ein Böööö. Bleibt wie es ist. Es ist die Niete. Und die 6 der Münzen ist der Austausch. Ich bin hier absolut am Schwanken. Was du noch wissen sollst. Ich habe sehr viel Stress. Ich stehe generell zur Zeit unter großem Druck. Also nicht nur dieser Druck mit dir, den ich mir in meinem Kopf mache, sondern ich habe noch ganz viel anderen großen Druck in meinem Leben. Und das macht mich fertig. Ich bin komplett am A. Du weißt schon, was ich meine. Was du noch wissen sollst. Ich habe Sehnsucht. Ich vermisse dich. Und ich glaube, du weißt gar nicht, wie sehr ich dich vermisse. Neubeginn. Ich höre Neubeginn. Ich sehne mich nach einem Neubeginn. Ich sehne mich danach, dir nochmal zu begegnen. Ich sehne mich wirklich nach der Herrscherin. Du bist so eine tolle Frau. Das muss ich dir wirklich mal sagen an dieser Stelle. Und dass du das Video hier heute bei Sunny guckst, ist kein Zufall. Ich habe dich in irgendeiner Form intuitiv dahin geführt. Abonniere auf jeden Fall den Kanal von ihr, falls du weiterhin Interesse hast an Botschaften von mir. Was ich dir noch sagen möchte. Ich zähle die Tage. Ich zähle die Tage, bis wir uns wiedersehen. Als würde man einen Kalender nehmen und dann klick, 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 klick und eingezeichnet habe ich vielleicht sogar schon einen Termin. Da, wo das Herz ist. Ich weiß, du und ich, wir werden uns nochmal wiedersehen. Ich weiß es tief in meinem Herzen, das sollst du wissen. Auch wenn wir gerade genau bei 50-50 stehen, wie so oft bei uns, und nicht wissen, ob das hier nochmal was wird. Wir wissen, dass es irgendwie nochmal was wird. Wir wissen beide, und dafür könnte ich meine Hand ins Feuer legen. Wir wissen beide, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Ich habe keine Ahnung. Es ist der Tag X. An Tag X werden wir uns wiedersehen. Ob es jetzt noch Tage dauert, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre. Wir wissen beide, es wird nochmal ein Date geben zwischen uns. Was wir auch wissen ist, dass wir beide nicht ehrlich sind. Wir tragen Masken. Du trägst eine Maske, genau wie ich. Du verdeckst und versteckst dich hinter irgendetwas, hinter Worten, hinter deinem Schweigen und ich genauso. Wir beide tragen Masken. Und durch die Begegnung mit dir frage ich mich häufig, wer bin ich eigentlich? Weil du mir aufzeigst. Du zeigst mir in irgendeiner Form den Weg. Wenn ich denke, ich habe mein Leben im Griff und ich bin glücklich, dann trittst du irgendwie auf die Bildfläche und beweist mir das Gegenteil. Nur deine Anwesenheit, wenn ich etwas von dir sehe oder mir ein Bild von dir anschaue, lässt bei mir Zweifel aufkommen an meinem eigenen Leben. Dann schaue ich mir meine Frau an, meinen Job an, meine Lebenssituation an und ich denke mir so, was mache ich ja eigentlich? Du, diese Frau, das zeigt mir, wer ich bin und wohin, wie fern ich mich verrannt habe. Du mit deiner Denkweise, du mit den Worten, die du von dir gibst, du als Person selbst, wenn ich mir vorstelle, ich könnte bei dir sein, statt da, wo ich jetzt gerade bin. Dann wird mir vieles klar. Es kommt mir vor wie ein Erwachen. Du bringst mich zum Erwachen. Es ist, als würde deine Anwesenheit alleine, dass du atmest, mich auf den für mich eigentlich richtigen Weg führen. Nur wenn du gar nicht in meinem Leben bist, wenn du komplett weg bist, dann lebe ich mein Leben halt so, wie es ist. Aber sobald du auftauchst in irgendeiner Form, in meinen Träumen, in meinen Gedanken, in meinem Instagram-Feed, als Nachricht bei WhatsApp, sobald du in meinem Leben auftauchst, zweifle ich an sehr vielem und denke darüber nach, mein Leben zu ändern. Meine Beziehung, meine Wohnsituation, mein Job, mein Verhalten, meine Ängste, meine Süchte, alles, was so einfach da ist. Es ist so, als würdest du meine Masken zum Fallen bringen. Aber was ist, wenn ich meine Maske abnehme? Bin ich dann immer noch so interessant für dich? Wenn wir uns ganz ehrlich begegnen würden, ehrlich und dauerhaft, ohne Spielchen, ohne Erotik, ohne wir machen uns rar, ohne all das, würdest du mich dann immer noch lieben? Liebst du mich dann auch noch, wenn ich meine Maske abnehme? Und dir mein wahres, wahres Gesicht zeige? Schreib mir das jetzt mal gerne in die Kommentare, ob du mich dann immer noch lieben würdest. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du eigentlich an mir liebst. Denn ich habe Angst, meine Maske vor dir abzunehmen. Dieses Coole, Kalte, Starke ist Maske, wie ein Ritter, der eine Rüstung trägt, um sich zu schützen. Doch unter dieser Rüstung steckt der Ritter selbst, verwundbar. Und ich habe Angst, meine Rüstung abzunehmen, dir gegenüber. Nur wenn ich das nicht tue, dann können wir uns nie vollends begegnen. Abschließend noch eine Botschaft, einen Tipp, einen Rat, einen Hinweis der Engel in Bezug auf mich. Piep, piep, die Uhr macht piep, piep. Irgendwann kommt Tag X, da werde ich, ich Ritter, siegen. Denn das wird der Tag sein, an dem ich meine Rüstung ablege. Und wenn ich meine Rüstung ablege, bedeutet das auch für uns einen Sieg. Ich werde eines Tages siegen und den Mut haben, meine Rüstung abzulegen. Und dadurch werden auch wir einen Sieg nach Hause holen können. Eines Tages werden wir siegen. Unsere Liebe wird siegen. Auch wenn es uns aktuell schwer gemacht wird. Die 5, es ist genau das Gegenteil, die Hälfte von der 10. 10 ist die Fülle, 10 ist der Sieg, 5 ist der Mangel. Jetzt gerade sind wir vielleicht noch in einem Mangel. Es wird uns schwer gemacht, es ist sehr herausfordernd. Aber eines Tages kommt Tag X, wann auch immer das sein wird. Und da werden wir uns wiedersehen. Da werden wir uns wieder in die Arme nehmen. Das war meine Botschaft. Übertragen von Sunny an dich. Vergiss mich nicht. Botschaft Ende. Der letzte Satz sollte unbedingt mit raus. Ich habe euch lieb, meine Lieben. Team Sunshine. Ich hoffe, ich konnte euch eine Freude machen. Mit dieser sehr speziellen Botschaft von einer ganz bestimmten Person an dich. Und du magst, sehen wir uns auch morgen wieder. Und in diesem Sinne niemals vergessen. Always smile and shine.